Die Europäische Union hat Russlands Staatschef Wladimir Putin praktisch zur Persona non grata erklärt, nachdem er den Großangriff auf die Ukraine befohlen hatte. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drohte bereits mit Sanktionen. Diese könnten nicht nur Putin und all jene Abgeordneten des russischen Parlaments treffen, die für die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken bestimmt hatten. Auch Altkanzler Gerhard Schröder muss nach Meinung eines Sanktionsexperten fürchten, dass ihm der Geldhahn zugedreht wird. Schröder steht nicht nur auf sehr vertrautem Fuß mit Wladimir Putin. Er ist auch Kandidat für einen Sitz im Aufsichtsrat des Energieriesen Gazprom. Politologe Gerald Schneider von der Universität Konstanz sagte der Welt. Sollte sich der Altbundeskanzler für einen Gazprom-Posten entscheiden, könnten etwaige Sanktionierungen der russischen Energiewirtschaft auch ihn treffen. Es wäre dann nicht zu vertreten, Führungspersonen aus dem russischen Energiesektor abzustrafen und Schröder auszunehmen. Ein Reiseverbot in die EU hält Schneider nicht für umsetzbar, wohl aber das Einfrieren von Schröders Konten. Der SPD-Politiker hatte zuletzt für Wirbel gesorgt, weil er der Ukraine mit Blick auf Waffenlieferungen selber rasseln vorgeworfen hatte. Schröder ist seit seiner Zeit als Bundeskanzler mit Wladimir Putin befreundet. Außerdem hat er Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2 inne.